das ist wirklich so, weil der Ames sagt zwar richtig ja, aber ist egal ich war AK, ich hab so viele Screenshots gemacht das Spiel ist halt das Rangsystem ist kacke, du musst so was reißen um aufzuranken und dann musst du auch noch gewinnen und dann musst du einmal verkacken und dann gehst du direkt wieder down ja wenn du verkackt hast und der schlechteste war es, sagt das Spiel ja du gehörst ja nicht hin, fick dich aber es hat halt mehr zu tun als nur Kills zu machen ja ja, MVP werden und sowas, ich weiß, Punkte machen ja aber selbst das ist nicht richtig so, weiß ich nicht, ein guter Spieler macht auch zum Beispiel die ganzen Ansagen ja ja klar, ja wie willst du das werten, das ist ja mal genau deswegen ist das das Problem an diesen Ranglisten bist der wird ja geschissen, ne? Heun aufs Maul weg, umlocken und sowas oh, was hab ich denn da bekommen, ne Kiste, ne? hast du meine zwei schon gesehen? ich brauch schon zwei Kisten, aber bei mir sind zwei Megakorn A ah 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 er hat's wahrscheinlich gekauft, weißt du, und wird's jetzt so angeben nein er ist zu nem Spielershop gegangen, weißt du, kauft den und macht dann so'n Screenshot so ich hab dir ein Bild bei Whatsapp geschickt, wo du siehst, wie ich das gescannt habe, ne? ja ja, genau, genau ich kann auch ein Bild machen und dann, ja ja da, Mystery Clone Box 50M kannst du kaufen 50M? oh ne oh, das riecht voll an dem Dosenfutter das kannst du eigentlich wieder ab in ne Dose packen, Schatzi die Plätze haben wir da vorsetzt kann ich die Filter noch mal essen? ja das war für später, mein Schatz ach komm schon ey, da musst du mal was droppen hier außer Geld drop me ja, was die hier noch verändern müssten ist, dass die Drops behindert sind du droppst hier 69M, Alter äh, B M wäre das? ja, das ist richtig asint 69B und dann droppst du diese Low Rank, äh, den ganzen Return Axe alter, das ist der 40er Bereich ja lohnt nicht hier dann droppst du hier Monster Karten Level 1, ne oder so irgendwie Level 1 oder 2 ja das so mit viel Attack Speed, ja und Attack Damage und Crits macht er auch das schon rein mit der Kette ja ich war hier begeistert ich freu mich schon wenn der hier 41 ist dann geht er ab dann geht er ab dann geht er ab das nächste dann verteilt hier nur die Schellen ey zack zack das nächste was ich machen muss nachdem ich den hier auf 65 gebracht habe ist äh, was war das? Omega Mon die wollen Omega Mon sehen oh lol ja oh lol den hast du doch schon mal gemacht äh, den hast du doch schon mal gemacht? warst du denn nicht auf 80? ja der war auch schon auf 80 toll hast du überhaupt Argo Mon und, äh, Gabo Mon? ey, Gabo Mon habe ich noch ja ok Argo Mon müsste ich mir machen ist das nicht schon dein sechster Gabo Mon? du bist du der zehnte schon ey und immer geklont und immer hochgezogen alter ich hatte einen auf über 80 ey und hab ihn gewöhnt ja hast du denn Ex oder? was, Argo Mon? ne aber das ist easy peasy lemms peasy ja natürlich Argo Mon ist ja das das Digimon was man immer fehlt überall ja wofür gibt's denn Dingens? den hab ich auch im, äh, Core Shop gemacht erstmal Digi Force ja Cell Mega Air Klon ah 1,3 T siehste der Preis ist voll gesunken heute morgen war der bei 2 T er hat's mal verkauft ja hatte ich ihn aber noch nicht du hattest gestern schon ein nein ich hatte den gestern den Mega D ja hättest du was verkaufen können Mega D ist ja nichts wert ich weiß nicht behalte die alle und dann zieh ich mir halt ja Mega D ist echt echt nichts wert den kannst du eh nicht gebrochen so am besten am besten ich mach Dings ich spare das für meinen Rio Darmann den 5,5er und äh dann mach ich mit dem nochmal die äh äh klonst du ihn direkt auf 15 oder was? genau mach ich die 15 mach mit ihm die wie heißt die nochmal Quest diese Krio Darmann Quest die Yorgris die Yorgris Quest und mach dann ihn als Seite ich mein oder muss ich dann nochmal einen neuen äh Kraftfeuerdramon machen? ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich hab das noch nie probiert keine Ahnung ich glaub nicht das wär hartassi ja? ja ja egal dann cache ich mir cache ich mir halt keine Ahnung YouTube Milliardär der Shui ja weil deswegen deswegen macht der Shui auch keine Videos mehr der kriegt so viel Geld der kann das gar nicht ausgeben genau von den schon produzierten Videos ja ein View 6 Milliarden easy beasy der hat halt einen guten Vertrag gekriegt ja von YouTube ausgehandelt Tui you so gut ich hab so gesagt komm wisst ihr was ich krieg eh keine Views ja da ihr riskiert nix hehehe boom 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 Schlag zu da du Pisser ja Memory Chip legt mir am Arsch ja bitte aha alles klar schmerzi oh mein Gott Memory Chip er muss echt mal so ne Farming Session ich glaub am Wochenende mach ich ne richtige Farming Session 15 Stunden ja 15 Stunden 15 Stunden ja ja du musst ja irgendwie keine Hobbys haben ne 15 Stunden das ist mein Hobby du Idiot du musst ja keine Hobbys haben 15 Stunden ich denk mir aber ja aber Digimon 15 Stunden Alter weißt du noch die Anfangszeit ich erinnere dich an die erste Folge 15 Stunden gezockt und dann erstmal Aufnahme gestartet für 3 Stunden ja aber das ist schon lange her ja willst du jetzt sagen ich bin alt oder was das geht nicht mehr heiz mal fängst du nach 10 Stunden nach 10 nach 4 Stunden dann so an und sagst oh ich brauch meinen Tee oh ich bin so müde du musst ein Rheumatee ja genau ich muss meine Füße hochlegen aah zwischendrin masturbiere ich noch auf Kunemon die geile Saudi ja auf A Spielt nun am Wochenende der kommt? Spielt zu dir oder was? ja mega nice ja wir fahren zur Japan-Mile echt? ja bisschen Ramen essen und ganz viel Hardstone Software wir machen links Hardstone Bootcamp ja ja die ganze Zeit durch so wie Digimon weißt du wo wir Digimon so ungefähr boah was soll ich mit Mysterious Forest Dust ja die sind selten ja super selten ja ich krieg nur so komische Mystery Digi-Klon-Boxen ja haben wir scheiße echt voll bitter will ich mich auch immer ärgern die GMs an das geht so nicht scheiß du hast nachdem du dingelst was haben wir denn hier für eines auch 46 wieder eine Digi-Klon-Box ey das ist ja mal voll eklig oder 46 krieg ich die neue Attacke jo jo warum tue ich mir diese Spie an was denn das hat doch gar nicht ja eigentlich hast du hier deinen Rider Vieh ja hast du auch schon Option Changer Bums wie hast du nochmal ja wie nennst du das nochmal Mode Selector Mode Selector ja 1 boah er war 2 jo soll ich dir mal sagen wer schon reiten kann mit seinen Bärmon wer ja ja wofür will ich denn auf Bärmon reiten weil es geil aussieht ich hab doch Impmon ja trotzdem siehts geil aus und ich hab auch Gilmon ja hab ich auch beide aber trotzdem hab ich auch noch Bärmon weil es einfach nur geil ist kannst du auf Riodarmon eigentlich schreiben ja auch cool und auf Magnammon ich hab keinen Magnammon ah du bist ein Lappen kannst du auf deinen Paladin Mode reiten nein nein das ist ja was richtig bitter ist ja das ist schade ne ja kann ich auch nicht ja vielleicht kommt das ja irgendwann mal so im Event wo ich nicht mitmach and I would fly an 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 Er hat mega den Keuchhusten gekriegt hier. Alle deine Schuld, Juri. Die rauch ich. Er hat immer so gepeinigt von Juri. Rauch du, Sau. Stopp. Weißt du, was ich gerade als erstes gespielt habe?